Sie haben die DDR verlassen. Warum? Ach, das sind ganz persönliche Gründe. Ortswechsel, Erinnerungen loswerden. Ortswechsel? Keine politischen Gründe? Nein. Ich will neu anfangen. Leben. Sie sind Chemiker? Ja. Sie haben einen Doktor gemacht. Und einen Sohn haben Sie auch. Wieso auch? Sie sind doch so jung. Danke. Was haben Sie geforscht? Naja, die letzten zwei Jahre habe ich auf dem Friedhof gearbeitet. Sie haben Ihren Job bei der Akademie der Wissenschaften verloren. Ja, fast jeder mit einem Ausreiseantrag verliert seine Arbeit. Das ist normal. Sie verteidigen das System? Bitte? Entschuldigung.